... für uns, weil es ist unsere Botschaft für eine gute Zukunft in einer friedlichen Welt. Worte, die einem ganz schwer will, über die Lippen kommen heutzutage, weil wir wissen alle, in welchem desolaten Zustand unsere Welt ist zurzeit. Aber trotzdem, wir haben Hoffnung, dass irgendwann die universelle Weisheit die Macht hat, die Politiker in die Schranken zu beißen. Wer weiß, living tomorrow well in the world will I be, tomorrow how far am I able to see. This is Word for You. Why don't you shout it out? Now I've found that the word is right And of course, it rains every day. And tomorrow, where in the world will I be, tomorrow how far am I able to see. And tomorrow, where in the world will I be, tomorrow how far am I able to see. Now I've found that the word is right And of course, it rains every day. And of course, it rains every day. Amen. 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 Amen.